Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wo liegt das Glück heute am 31. August 2017? Wen beschenkt Fortuna im heutigen Tag? Das sind gerade die Schützengeborenen. Wo haben die Schützengeborenen Glück? Das ist die Finanzen und sie haben auch Glück auf einer Reise. Aber achtsam sein, es wird nicht heute eintreffen, aber es nähert sich. Diese Glücksenergie wirkt jetzt. Das sind die Vorbereitungen oder Investitionen. Also nicht enttäuscht fühlen, wenn das nicht heute eintrifft. Diese Glücksenergie ist jetzt schon wirksam. Es sind aber nicht nur die Schützengeborenen, die Glück haben, sondern wir haben alle mal Glück und haben auch Glückstagen. Welches ist Ihren Glückstag? Wann trifft das ein? Und in welchem Lebensbereich? Woher kommt das Glück? Dabei kann ich Ihnen helfen. Manchmal gibt es auch Blockaden oder Hindernisse und kann diese Glücksenergie nicht ungehindert fließen. Und diese Hindernisse kann ich auch erklären, aber nicht nur das, sondern ich habe meine eigene Methode entwickelt. Und mit vier Schritten können diese Blockaden auflösen. Und das Wissen geht in die alten persischen Astrologie zurück. Unten bei der Beschreibung befinden sich meine Kontaktdaten und Sie kommen über mein Managementbüro kontaktieren. Wenn das schnell gehen sollte, dann bin ich auch telefonisch erreichbar in meiner Hotline. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.